Die Frage lässt sich beantworten. Seit zwölf Jahren steht Manuel Schmidt mit der Sternkombo Meißen auf der Bühne und singt die neuen Songs genauso wie die alten. Und das aus Überzeugung. Also ich will jetzt nicht irgendwas singen, hinter dem ich nicht stehe. Also mir ist es schon auch wichtig, dass das irgendwie mit mir auch was macht, dass es mich irgendwie berührt. Stern Meißen ist inzwischen 60 Jahre alt, ihr Frontmann 39 Jahre jung. Er hatte schon als Kind die Plattensammlung seiner Eltern verinnerlicht. Das verblüffte die Band, als sie 2012 einen neuen Sänger suchte. Ich bin dann ins Studio und dann haben sie mich erstmal machen lassen. Thomas Kurzhals fragte mich, na was möchtest du denn jetzt singen? Womit fangen wir denn an? Und natürlich habe ich dann gleich erstmal die große Klappe gehabt und habe gesagt, na dann lass uns doch gleich das weiße Gold machen. 45 Minuten. Aus Spuk und Zauberdingen wird's niemals Gold. Es ist ein Art-Rock-Epos aus den 70ern. Und der letzte Ton war verklungen. Und ich erinnere mich dann an die Worte von Martin Schreier, der dann zu mir in seiner sächsischen Art sagte, jetzt muss ich dich erstmal beglückwünschen. Du bist der Erste, der das fehlerfrei gesungen hat. Manuel Schmidt ist in Altenburg aufgewachsen, hat in Leipzig Tontechnik studiert und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Im Großen und Ganzen lässt es sich in Altenburg gut leben, weil wir auch eine gute Kulturanbindung hier haben. Ich meine, wir haben ein Theater, was immerhin noch fünf Sparten abdeckt. Also wo hat man das schon? Musikalisch legte er schon in der Jugendband der katholischen Kirchgemeinde los. Heute ist er Mitglied im Gospelchor seiner Heimatstadt. Und hier lebt auch seine ehemalige Gesangslehrerin Helga Dressler. Sie ist eine musikalische Instanz in Altenburg. Hallo! Wie haben wir denn da? Auch Manuels Eltern sind mit den Dresslers befreundet. Gemeinsames Schwelgen in Erinnerungen. Ich habe im Stillen immer bewundert, dass er eben so zielstrebig und mit einer beneidenswerten, natürlichen Veranlagung ausgestattet war. Also dieses Ich bin ich, das will ich euch sagen und das sage ich mit meinen Mitteln. Und deshalb kommt auch so viel Persönlichkeit mit rüber. Für die Gesangslehrerin ist er eine Erfolgsgeschichte. Manuel Schmitt arbeitet auch an Soloprojekten. Einen Song widmete er seinem Freund und Vorgänger bei Stern Meißen, Reinhard Fissler. Er starb 2016 an ALS. Wenn man in so Fußstapfen reintritt, stellt man sich schon hin und wieder die Frage, gefällt ihm das jetzt oder ist das so in seinem Sinne, ist das okay? Seine Trauer spiegelt sich in dem Song Seelenlieder. Auf der anderen Seite des Lichts begegnen wir uns wieder. Manuel Schmitt, der Katholik, verbindet mit dem Text schon so etwas wie Zuversicht. Der Glaube an sich soll einen ja selber als Menschen immer ein bisschen demütig dastehen lassen. Also man soll ja daran auch ein bisschen wachsen und soll quasi auch versuchen, Gutes zu vollbringen, auch Dinge mit anderen zu teilen. Und er teilt seine musikalische Welt. Na, grüß dich. Zusammen mit Marek Arnold komponiert er Songs zum Jubiläum der Sterne. Ja, also das wird quasi in den nächsten Stern-Meißen-Singen und da sitzen wir jetzt quasi an den letzten Schritten vom Arrangement. In der kalten Nacht zu uns selber erwacht. 60 Jahre Ostrock-Musikgeschichte und kein Ende in Sicht. Also wir gucken schon auch in die Tradition der Band, was hat sich denn über Jahre so bewährt. Einfach, ne? Und entwickeln das dann weiter anhand unserer eigenen Lieder. Musik 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 Musik